Herzlich Willkommen zurück zu Minecraft Drifter mit Goro Oh, ich habe vergessen aufzunehmen, hallo Herzlich Willkommen zurück zu Minecraft Drifter mit Goro Hallo Und Kondra Hallihallo Das ist Teamwork Das ist Teamwork, das ist Teamwork Könnt ihr eure Leichen mal abbauen, Leute? Additional? Nein Ach, so gingen die? Okay, ich brauche Gold Gold, okay Jetzt hat mein Haus Fenster und jetzt sieht es plötzlich richtig gut aus Jetzt sieht es plötzlich richtig gut aus Wir durften nicht unter eine bestimmte Höhe bauen, oder? Doch Ja, doch, du darfst bauen, aber leuchtest dann halt gut aus Ich überlege gerade, mein Altar muss in die Wildnis gebaut werden, weil der ja Energie braucht Ja, mach doch doch Ja, ich überlege gerade, wohin Na draußen Watt, 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 watt Ja Watt, 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 watt Hier hin Stopfen wir uns mal ein bisschen Gold ab, Guys Hast du Scheiß am Schuh? Nein Ihr könnt mir immer in die Kommentare schreiben, ob ich für Rüstung noch irgendwie ein Multify hinzukriegen kann, dass die noch besser wird Oder ob ich wirklich nur bei Autorepair bleiben müsste Weil Autorepair schon sehr geil ist Auf jeden Fall Ich brauche mehr Moos, ohne Moos nichts los Vollkommen richtig Wow Ähnlich wie Guck mal aus dem Fenster Ne, guck mal, guck mal hier Das Fenster, das zweite Fenster hier, das ist auf jeden Fall Extrem leuchtgebend Das ist auf jeden Fall sinnig Aber für die Symmetrie wichtig Und innen drin umzustellen, siehst du nicht ein Das eine ist ne Wand Warte mal, die kann ich ja wegnehmen Ach, dann muss ich die Öfen umstellen, das kriegen wir hin Was, hier explodiert schon wieder Und nicht meine Öfen Abgepupst, tut mir leid Achso Ich hab gerade auf mein Handy geschaut Was? Was? Ja, ich kann ja schlecht raustappen Das war jetzt mega random Ich hab's halt nicht gesehen, was passiert ist Ja, aber Ich muss sagen, ich hab gerade auf mein Handy geschaut, hat auch nicht gepasst Nee, das war mega random irgendwie Allgemein, das Ganze, die ganze Unterhaltung war von dir wieder 1A Allererste Sahne, kommt dran Aber deswegen ist er dabei Nur deswegen Sonst hätten wir ein Schiefe dabei gehabt Das heißt, Squash, ich will dich hier nicht Immer so der Klassiker Was macht eigentlich dein Fischer-Guru? Ja, es war ja eine Minus-Veranstaltung Da steht hier so was Ich verliere manchmal Items Wie, du verlierst manchmal Items? Die sind dann plötzlich weg Meist du die raus, außer sie sind mit Kuh Toll, das Ding kann ich auch mit der Dolly abbauen Mein Hammer ist Nee, da war Bist du wieder blind, glaube ich Mein Hammer ist weg Oder du legst das Schwert, so wie ich, in die schmelze Und vergisst das da Wo hab ich meine Kakteen eigentlich angepflanzt? Äh Ach, da drüben stehen die Ich hab auch gerade geguckt Ich wusste, dass du welche hast, aber nicht wo Wieso steht der Seed Manch eigentlich noch hier? Der spannt dir in deinem Fenster, das weißt du Ja, ich weiß nicht Den hab ich einmal bezahlt Und jetzt geht der Jetzt zeigt der auch, der kann da wohnen Vielleicht, wenn wir den töten, gibt der die Coins zurück Meinst du, wie GTA? Weiß das nicht, der ist Nutze bezahlen und überfahren, damit die Kohle wieder kriegst Weiß das nicht Aber er sagt auch Heil, Heil Seljan Ich glaub, wir sind Freunde jetzt, er und ich Hast du ja Keich auf Englisch? Keich? Na, Keich war Harry Potter und der Feuerkelch Goblet, ja, danke Goblets, genau Danke Darüber bin ich da tatsächlich jetzt drauf gekommen Ah, ne Dolly ist geil Warte mal Ich hab jetzt sogar Swift Swim, ich kann schneller schwimmen Und ich kann, oh ich hab High Step, das heißt ich kann auf, oh geil Muss nicht mehr springen, wenn ich über einen Lok lauf Schwimmen kann ich jetzt auch schnell Gucken wir mal Mit der Dolly kannst du ja auch hier Ja, wie geil ist das denn? Ich werd vom Wasser nicht aufgehalten Goll Also wenn ich reinlaufe, laufe ich einfach in der gleichen Geschwindigkeit weiter Mit der Dolly kann man ja auch volle Kisten um Ja Auch Spawner kannst du damit bewegen Ja Kann ich mein Haus doch wieder einrichten Warte mal, wir machen noch mal was Ich muss sagen, die Tinkersrüstung ist geil Die gibt volle, äh, Leiste unten Gab's in dem Modpack nicht Marvel? Ja Haben wir Marvel? Doch, doch, doch Bestimmt Ich hab noch keinen abgebaut Äh, ich hab hier ganz viel Marvel selbst Jemand War ja noch keiner in der Hölle richtig, ne? Nee Mach hier Autorepair 2 drauf, glaub ich Das ist ganz geil Okay, das brauchen wir Komm, man kann den Marvel Bricks machen? Doch Nein Bin mir nicht sicher Lappen kannst du machen Und Stüffchen Und das denn? Keine Bricks Wie war's? Kobalt hatten wir nicht, oder? Nee, Kobalt konnten wir nicht Das kann ich auch nochmal schreiben Wir können mit Also ich kann's nochmal zeigen Es wird ja mal geschrieben Mit Alumite kann man Kobalt abbauen In dem Modpack nicht Das geht auch normalerweise Aber Alumite hat in dem Modpack Ein Mining Level von Obsidian Ich denke, das kann man auch auf Kobalt leveln Das ist aber kacke Und wir bräuchten Darks Deal Jetzt müssen wir gucken, ob wir Alumite leveln können Oder ob wir irgendwie Darks Deal bekommen Und wofür brauchst du Kobalt? Ähm, für ein Pentagramm Dafür brauchst du Kobalt? Ja BTF Besser als ein Kobalt Haha Ach, ach, ach Nee Das war mir zu billig Was, dann wird's so gut ankommen? Ich auch nicht gedacht Ich klau mir nochmal ein Diamant Ich klau mir nochmal ein Diamanten Na, aber natürlich Man kann zwar keine Bricks machen Aber du kannst dir bloß schüsseln Alles umgangen hier Kondran eigentlich schon die Schüssel gesehen? Ja, hab ich ihm schon gezeigt Kennt er, glaub ich, auch Äh, ja Warum wurde hier das Ding für den Barren rausgenommen? Äh, liegt in der Kiste Weil ich mir vorhin ein Schwert gegossen habe Was bist du denn? Ich bin tot Das ist schlecht Withered away Ich bin nackt Schaut nicht hin Alles klar Oh, mein Mono, glaub ich, war halt Cool Ähm, Schlafsack Das Problem ist, ich würde jetzt gern So eine Küchenzeile machen, quasi Aha, okay Aber Da meine Wand ja auch bei der Außenwand ist Dann hätte ich ja Müsstest du Doppelwand nicht bauen, meinst du? Ja, aber dann muss ich wieder mein ganzes Haus abreißen Warum? Kannst du nicht einfach nur die eine Wand machen? Sieht ja scheiße aus, wenn da eine Doppelwand drin ist Äh, können wir liegen, oder? Ihr könnt liegen, ja Liegen Oh nein, an meiner Leiche stehen schon wieder irgendwelche Monster Geh weg Wir sind doch gar nicht da Was ist das? Ein Höllenhund Kein Feuervogel Ein Höllenhund Er guckt böse Greift der mich an? Ja Wo bist du denn? In der Hölle Habe ich jetzt wieder Leck? Macht der Server was? Nee, nee, wir sind in der Hölle Nee, ich Aber die ist generiert schon Also eigentlich Ja, oh Kannst du Künstlerfen? Kommt der jetzt? Achso, ist mein Fehler Ist mein Fehler Okay, der Wolf greift aber nicht an Wolfgang Der Wolfgang greift nicht an Ich kann auch meine Kiste dran hier Okay, ich hab mein Zeug wieder Jetzt hab ich nur die Zombie Pigmen nicht hauen Außersehen Dann ist hier Party Lol Oh, ich hab ein Eisen Warum zu viel gemacht Oh, ich darf noch was nicht vergessen Ich muss mir Mein Portal markieren Scheiße Die Höllenhunde sind doch böse Okay Warum sagst du Scheiße? Weil ich mir mit der Schüssel Einen Stein angehauen habe Ich hab was für dich, Konrad Ach shit, was war denn nochmal Shaped Crafting? Das ist instant im normalen Crafting Einfach so im Crafting Grid Du hast was für mich? Das klingt gut Eine Hundezunge Nice Brauchst du sowas? Wenn da Vitry dran steht, bestimmt für irgendwas Aktuell ist es mir noch nicht über den Weg gelaufen, aber Meine Küche aus dem Badezimmer Küche aus dem Bad Was ist denn meine Küche? Ein Hund im Büro Hab ich keine Küche? Ich nehm gar nichts aus dem Ofen Was hast du? Keinen Koks? Ja, kein Koks Mein Koks ist weg Mein Koks ist weg Mein Koks ist weg Oh nein Leute, keiner bewegt sich mal kurz Mein Koks ist weg Ich hab ein dickes Problem hier Ist auch dein Koks weg Ja Ich hab hier wieder diesen Rizzermagier am Start, aber ich beschieße ihn gerade Nice Ich bin voll okay Wo ist die Tür denn hier knurrt? Also für die nächste Aufnahmesession muss ich mir dann ein Hexenhäuschen bauen Hexenhäuschen bauen? Ja Siehst du damit jetzt doch um? Ja, was heißt umziehen? Verlässt du uns? Eigentlich hab ich ein Bock mehr auf uns Die werden so schnell erwachsen Ja Ja Oh fuck Verlässt du uns? Was denn? Ich kaufe noch einen Skull Hat irgendwer noch einen Skull? Ja Oh, da müssen wir mal nachgucken Ich mein, ich hab ja einen vor der Tür, aber den will ich da nicht wegnehmen Der passt da so schön hin Oh, ist aber ein Zombie-Head, ist ganz geil Stimmt, das war ein Zombie-Head Oh, so schlecht sieht die Küche jetzt gar nicht aus Küche? Mal anschauen, komm Raus aus meiner Küche Raus aus meiner Küche Oh, das ist so geil mit dem Ring Möchte sich einer meine Küche angucken? Ja Kann grad nicht, ich bin grad in der Hölle, das ist so ein bisschen so optimal Aber da gibt's noch ein Waschbecken Dann könnt ihr die Vogeltränke hinstellen Ja Yeah Mit der Axt hier drauf Das ist, äh, das ist so ein Cutting-Board, damit schneidet man Brot und so Echt? Kann man da mit Kartoffeln ausschneiden? Damit kannst du dir auch so einen Salat machen, oder nicht? Ja, genau Ich weiß nicht, ob du, ob du Brot schneidest Ich ja Was steht hier, wenn ich denn drüber habe? So Hä? Nee, hä? Ah, okay WTF, ich hab noch nie Shift gedrückt bei einem Bei einem Essen Also bei einem, irgendeinem Nahrungsstück Dann siehst du, wie viel, äh, Keulen das vorne Ja Normalerweise und Zu dem jetzigen Zeitpunkt Der Aufgabe weiß Kundra nicht Ich hab no stone Es Ah, hast du hier viele Öfen stehen Ja, ja Er ist ja auch der Koch, ey, der braucht das Wir wissen auch nicht, wie wir über den Winter kommen Winter is coming und so, ne? Ja, aber erst im April oder so Die Frage ist halt, was mache ich mit meiner oberen Etage? Nichts, die bleibt leer Das war bei Engineers so auch so, ne? Hinterhalb war das Lager oben bei Engineers Aber ich kann ja, äh Ich könnte ja mein Bett oben hinstellen Das würde ja schon ein bisschen was machen Hallo Hallo Das sind Monster zum Teil ein bisschen anstrengend Runter? Oh, ich bin direkt über ne Festung Ah, geil Oh, Ardite Ganz schön viel Ardite Wir sind oberhalb im Nether gespawnt Wie dumm ist das denn? Der Lottoman ist übrigens wieder da Der Lottoman Der Lottoman Ich mein, das ist gar nicht mal so doof, dass wir Oberhalb von der Festung gespawnt Nein, ich hab meine Fackeln weggeworfen Egal Warum? Doch, weil ich mich vertan hab Aber vielleicht hängen sie mir jetzt wieder unterm Arsch Ne, tun sie nicht Der Lottoman Ich könnte meine Lunchbox nur wieder füllen Okay, Serious Shit ist jetzt hier am Abgehen hier Und Goro will gleich die Folge wieder beenden Das geht ja gar nicht Habe mich dieses Mal nicht zu diesem Thema geäußert Dieses Mal nicht Aber jetzt, wo du saß, komm Nein Warte kurz Ich bin grad in der Höhle des Löwen Bei mir im Haus bist du nicht Fuck, der Ring, der lässt echt alles mitschlören Ja, einen ringen sie alle Einen ringen sie alle zu Knechten Moment, ich muss eben Blazes killen Ich seh Blazes auf der Map Und ich bringe Horse Armors mit Oh, ich kille Rizzers Skelette mit einem Hit mit meinem Schwert Wie genau ist denn? Wenn du dein Schwertest aus dem Nader Den nehm ich vor allem erstmal Blas es Oh, Blazes kill ich auch mit einem Hit Nice Boah, macht euch ein Jade Schwert, Leute Macht euch ein Jade Schwert und macht Sharpness drauf Und wenn man Tab drückt, kann man sehen, dass Nephias 13 Tode hat Ich hatte 14, bald halb ich Ich hab nur 5 Bin ja auch in der Hölle Aber wenn ich nicht Wo bist du? Gut war meine eigene Dummheit Wenn Nephias mich überholt, dann hab ich es wieder geschafft Ich hol jetzt erstmal alles aus der Ja, wir können die Folge werden Das ist klar Vielen Dank für's Zuschauen, Leute Schaut sich das nächste Mal wieder ein Ja, war's das Bis zum nächsten Mal Tschüss Und tschüss Haut rein Tschüss